Ja, vielen Dank. Auf meiner Seite ein herzliches Grüß Gott in Ruhrfangen. Als Wunderfranke ist jetzt für mich nicht die längste Strecke hierher. Ich freue mich hier zu sein. Wir werden, wie die beiden Kolleginnen das schon erwähnt haben, uns natürlich mit Zukunftsthemen hier beschäftigen. Themen, die auch für uns Grüne vielleicht nicht unbedingt so ungefährlich sind in dem Zusammenhang, dass wir auch unsere eigenen Widersprüche da klären müssen und klären wollen. Natürlich soll es auch darum gehen, dass es zum einen wollen wir uns drum kümmern um die Demografie, wie schon angemerkt, und das andere ist die Zukunft der Energiepolitik. Und wenn ich mit der Demografie beginnen kann, wenn man sich in einer Stadt wie Coburg befindet, wo prognostiziert wird, dass bis 2025 die Bevölkerung um 6,2% sinken soll und sich 30% davon dann in dieser Zeit über 65 Jahre alt sein wird, dann ist das ein Punkt, der statistisch nicht unwichtig ist. Und das zeigt auch, dass wir uns, wenn wir in Ruhrfangen sind, uns damit beschäftigen müssen. Und deswegen wollen wir auch auf dieser Klausur ein Konzept entwickeln. Grüne sind Konzeptpartei und von daher haben wir uns vorgenommen, hier Wege zu beschreiben, Wege zu skizzieren, wie man mit dem demografischen Wandel umgehen kann. Das eine ist, dass wir uns konkret hier vor Ort bei Coburg natürlich ansehen, wie reagiert ein Unternehmen, das in der Versicherungsbranche aktiv ist, darauf, dass eben nicht mehr so viele junge Leute dann da sind, wie geht es man da mit dem Nachwuchs, mit der Nachwuchsgewinnung rum, wie bringt man seine Beschäftigten dazu, sich vorzubilden, wie schaut man in der Zukunft die Attraktivität der Arbeitsplätze an. Also da wird sich der heutige Tag, das wird ja heute gleich beginnen, wir werden gleich zur Hofoburg gehen, wird sich drum drehen, wie wir hier denn unternehmen, und natürlich wollen wir auch wissen, wie wird versicherungstechnisch denn darauf eingegangen, wenn die Bevölkerung älter wird, wird es da Änderungen in der Geschäftspolitik geben, das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass wir sagen, wenn Bayern insgesamt, wenn Nordosten Bayerns an Bevölkerung verliert und Bayern insgesamt älter wird, welche Anforderungen an ein Gemeinwesen gestellt werden, es wird sich ändern, die Anforderungen werden sich ändern, und wie wollen wir diesen Wechsel, diesen Wandel begleiten. Das ist ja ganz wichtig, es ist ja nichts, was jetzt von heute auf morgen geschieht, sondern es ist ein Umschwung, den wir begleiten wollen und auch begleiten können, und den man nicht ausgesetzt ist, sondern auf den man auch reagieren kann. Das ist ganz wichtig, dass man nicht sagt, jetzt kommt der demografische Wandel, oje, oje. Wir wollen die Angebote der Versorgung der Infrastruktur in der Fläche erhalten. Wir wollen, also wenn ich sage Versorgung, dann meine ich Dinge wie Gesundheitsversorgung, Wasserversorgung, Stromversorgung, auch Verkehr natürlich. Die Regionen werden sich völlig unterschiedlich entwickeln, deswegen wird es wichtig sein, dass die Regionen auch selber entscheiden, wie ihre Entwicklung vorangeht. Dazu brauchen sie natürlich die größtmögliche Freiheit, die größtmögliche Planungsfreiheit, aber auch die Kompetenzen, die ihnen zugehört, Entscheidungskompetenzen, die dazu gesprochen wird. Das muss dann natürlich auch, auch so Fälle wie der Schulpolitik gelten. Alle Politikfelder sind betroffen, ich nenne mal das extra Schulpolitik, weil, ich sage mal, wenn man nicht mehr genügend Schülerinnen und Schüler hat für drei Schulbäude, dann muss es zukünftig auch möglich sein, Schülerinnen und Schüler in einem Schulbäude zu unterrichten, wie auch immer man dieses Kind, dann nennen wir. Das andere ist, wir wollen natürlich alle politischen Entscheidungen, die im Landtag getroffen werden, darauf untersuchen, ob sie demografiefest sind, ein Demografie-Screening durchzuführen. Alle Entscheidungen, die zukünftig getroffen werden in der Region, für die Region, müssen nachhaltig sein, müssen dem demografischen Wandel nicht widersprechen dürfen. Und da ist die Entscheidung, die der Ministerrat vor Weihnachten getroffen hat, nämlich zu genehmigen, dass die Nahversorgung jetzt mit 1200 Quadratmetern freigegeben ist für alle Ortschaften in Bayern. Das widerspricht einem demografischen Konzept, das nämlich die Orte stärkt, die Innenorte stärkt, die Zentralen stärkt. Das widerspricht dem Prinzip, dass wir nicht mehr in die Zersiedlung gehen, sondern dass wir versuchen, uns zu konzentrieren. Denn wir wollen ja, eine ältere Bevölkerung wird darauf angewiesen sein, dass Versorgung auch zentral ist, dass Versorgung auch im Ort ist. Und wenn wir ermöglichen, dass sich große Nachversorger an den Ortsrändern mehr als wir das heute kennen, niederlassen, dann haben wir der Zersiedlung die Tür und Tor geöffnet. Und unsere ältere Bevölkerung wird diese Märkte eben nur noch per Auto erreichen können. Und das ist das Gegenteil von demografischer Verantwortung. Es ist kontraproduktiv, weil wir auch in der Staatsregierung selber, ja schon mit Minister Brunner im Landwirtschaftsministerium, der sozusagen die dörfliche Entwicklung stärken will und die dörflichen Strukturen stärken will, genau das Gegenteil von dem, was Minister Zeil jetzt durchgesetzt hat im Ministerrat, produzieren. Das muss aufhören. Demografische Politik muss nachhaltig sein und muss sich auf bestimmte Ziele konzentrieren können. Das ist das eine. Es wird von unserer Seite dazu ein Papier geben, was sich ausführlich mit allen Politikbereichen, die Demografie betrifft, auch auseinandersetzen wird. Das andere ist, auch das haben die Kolleginnen angesprochen, es geht um die Zukunft der Energieversorgung. Und wir haben da zwei Bereiche rausgegriffen. Das eine ist der Netzausbau. Da ist die Debatte hier vor Ort auch sehr violent mit den Initiativen gegen den Ausbau der 380 KV-Leitungen. Wir werden die Debatte haben mit Befürworter und Gegnern des Netzausbaus. Wir haben die örtlichen WIs, auch das du schon gesagt hast, eingeladen, extra, weil wir eben keine Basta-Politik machen wollen, weil wir mit den Menschen reden wollen und weil Bürgerbeteiligung für uns schon immer ein hohes Mut war. Für uns ist wichtig, wir sehen die Notwendigkeit eines Netzausbaus. Zum einen für die Überleitung von Windenergie hier in den Süden. Von der Nordsee her in den Süden Deutschlands. Wir sehen den Grund für den Netzausbau in einem Verteilnetz regional. Wir haben ja nicht mehr die großen Stromerzeuger, wir haben sie noch, aber wir wollen ja weg von diesen Stromerzeugern, wir wollen hin zu dezentral erzeugten Energien. Und dafür brauchen wir auch Netze. Und das Dritte ist, dass wir natürlich auch intelligente Netze haben wollen, die vor Ort dafür sorgen können, dass mit Produzenten und Abnehmern eine Eigenversorgung, eine Selbstversorgung funktionieren kann. Es geht auch um Industrie, das habe ich schon gesagt. Von daher wollen wir die Debatte auf jeden Fall hier führen und nicht schon mit festgefügten Meinungen in diese Debatte gehen. Das Zweite ist die Energiespeicherung. Sie haben das vielleicht mitbekommen. Wir haben im Moment die Debatte im Bayerischen Landtag um Speicherkapazitäten, konkret Pumpspeicherkraftwerk in Riedl. Natürlich müssen wir uns darüber unterhalten, auch als Grüne. Wo wollen wir Pumpspeicherkraftwerke haben? Aber diese Debatte wollen wir führen, anders als die Staatsregierung, die sich weigert, einen Speicherkataster, einen Pumpspeicherkataster überhaupt zu führen. Die sagt, das ist nicht unsere Aufgabe. Da sagen wir, das ist keine verantwortliche Energiepolitik, wenn man sich noch nicht mal die Gedanken machen will, wo können wir uns denn in Bayern Speicherkapazitäten vorstellen. Denn diese sind wichtig. Diese sind wichtig, um Regelenergie in Zukunft zur Verfügung zu stellen. Sie wissen auch, erneuerbare Energien stehen nicht immer in gleicher Höhe zur Verfügung. Das schwankt sehr stark. Und um diese Schwankungen abfangen zu können, brauchen wir Speicherkapazitäten. Und diese sind momentan eben noch nicht in anderen technischen Lösungen vorhanden. Wir brauchen Pumpspeicherkraftwerke. Und diese Debatte wollen wir auch als Gründerfraktion hier sehen. Ich darf auch noch darauf hinweisen, natürlich werden wir den Haushalt, den Doppelhaushalt, den kommenden, der jetzt seit dieser Woche vorliegt, versuchen zu beleuchten. Das ist ein bisschen übillig, denn als Oppositionspartei bekommt man den Haushalt dann zwei Tage vorher auf CD-Robben irgendwann mal so hingerotzt, möchte ich das mal nennen, auch noch Fehler behaftet. Also es steht noch gar nicht fest, ob die Zahlen alle so richtig sind, die wir jetzt bekommen haben. Das macht es natürlich nicht einfach, aber wir wollen auf jeden Fall schon mal einen Überblick bieten und die Kritik an dem Haushalt, wie er bis jetzt vorliegt, deutlich machen. Und das Zweite ist, dass wir uns auch über Schulkonzepte natürlich hinterhalten. Und auch die sind wichtig für die Region. Eine Schule für alle bleibt unser Ziel in Bayern als Grüne. Und von daher soll es auch darüber auf dieser Klausur gehen. Sie sehen ganz viele wichtige Themen für Bayern, für auch die Region Oberfranken. Und ich bedanke mich, dass Sie in so großer Zahl dabei sind und uns auch zu bleiben über die drei Tage hier in Oberfranken. Und ich würde mich freuen, wenn Sie auch bei allen Terminen, die presseöffentlich sind, dabei sind. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.